bei ungefähr 0 bis plus minus 1 grad ein grad erreichen uns heute am 16 dezember 2018 die bisher schwersten schneestürme in diesem dezember es hat sich schon eine leichte schicht entwickelt an einigen stellen es handelt sich um nano schnee eine neue erfindung wahrscheinlich von mir warten wir es ab was sich daraus ergibt ich denke mal heute abend schon wird nichts mehr davon zu sehen sein okay bis dann schönen dritten advent euch tschüss